Hallo ihr Lieben, wir machen eine scharfe Hühner-Nudelsuppe. Dafür nehmen wir einen Suppenhuhn und gießen 1,5 Liter Wasser hinzu, eine kleingeschnittene Zwiebel, eine in Scheiben geschnittene Möhre, eine gewürfelte Knoblauchzehe, ein Stück Ingwer in Scheiben geschnitten, eine rote Chili in Streifen geschnitten, zwei Frühlingszwiebeln in Ringe geschnitten, einen Teelöffel Salz, zwei Gewürznelken, zwei Lorbeerblätter, eine Prise Safran. Dann stellen wir den Herd auf hohe Temperatur und kochen alles zwei Stunden. Danach entnehmen wir das Huhn und trennen das Fleisch vom Gerippe. Die Brühe geben wir durch ein Sieb und geben danach die Brühe wieder zurück in den Topf. Dann fügen wir eine gewürfelte Möhre hinzu, zwei Frühlingszwiebeln in Ringe geschnitten und 125 Gramm Suppennudeln. Das kochen wir dann weitere 30 Minuten. Danach geben wir das Hähnchenfleisch hinzu und füllen je nach Bedarf noch Wasser hinzu. Dann noch zwei Esslöffel Sojasauce und schmecken ab mit Salz und Pfeffer. Je nach Geschmack könnt ihr auch mit Curry abschmecken und Chiliflocken für etwas mehr Schärfe. Schaut euch noch andere tolle Rezepte von uns an. Ich sage danke und bye bye. Schaut mal bei uns rein. Wir haben ganz viele Playlists. Die Rezepte sind nach Kategorien, Festtagen und Kontinenten sortiert. Da ist für jeden was dabei. Und natürlich abonnieren nicht vergessen. Danke. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.